Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt wieder. Der Kampf um den zweiten Platz ist rausgebrochen. Marco einer Rückgang, Freiliegang neben der Decke. Ein bisschen mit Schamuzi leider, was das Spiel war. Das hat ein bisschen Zugriff, ein bisschen auf. Und Evi muss ziehen, damit ein Marco freikommt. Und drehen und jetzt geht Evi doch mal um den armen Kerl. Er kann doch gar nichts dafür. Und Evi zieht. Der will sein zweites Platz. Und noch Birko ist enteilt. Zwei Minuten zu fahren. Bei noch zwei Minuten zu fahren liegen. So, und hier auf der Karte. Rückgeführte Widerstand dazu. Das ist gut. Silberschwarze Auto. Acht, das macht X2T. Ebener hatte wieder umgedreht worden. Passt bitte auf. Das ist der zweite Platz hier. Der Korps ist schön gut gelassen. Also jetzt hier... Marco hat er schon gelitten, dass hier... Entschuldigung. Marco Eimer kann nicht absetzen. Das ist der zweite... Marco Eimer hier... mit seinem... mit seinem... mit seinem... mit seinem Haft den Lied. Und die... mit seinem Haft den Lied. Und die... die Linie würde dann... an die zweiten Platz. Achtung, wie sie das nicht geben lassen. Aber... vorsichtig jetzt empfiehlt. Vorsichtig jetzt empfiehlt. Vorsichtig jetzt empfiehlt. Eine Minute noch zu fahren. Lasst ihn bitte mal durch. Hier. Super. Das ist der Führerende. Schauser. Einmal rutschliegen. Super. Aufgeführten lassen. Ender Carbon, wieder hier runter. Der Führerende. Schauser. Ist alles. Schauser. Überholung her. 5,24, 3,5, 9, 2, 1,25, Schiefen. Ausuju. An der Bestzeit. Überholung an. Überholung an. Die Durchschraı avorten die BV. Herr Berroda, der Wettner, bei Georg Künderweller. Jetzt kommt hier der Gewinner, Mirko Ione vor Marco Eimer. Ja, 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 ja.